Wir sind gerade noch im Kundengespräch. Wir bitten Sie, die Wartezeit zu entschuldigen. Besuchen Sie uns auch gerne auf lufthansa.com für die Lösung Ihres Anliegen. Nach wie vor stellt Covid-19 uns alle vor große Herausforderungen. Seit Beginn der Pandemie haben wir zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, um Sie und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Alle Maßnahmen werden kontinuierlich überprüft und den Gegebenheiten und Vorschriften angepasst. Und es ist wichtig, dass Sie sich bei uns zu jeder Zeit wohl und sicher fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018